Also ich habe noch nie Kaffee für meinen Chef gekocht. Die Stimmung habe ich direkt von Anfang an wahrgenommen als sehr positiv, sehr hilfsreich auch und dass hier jeder Bock hat, jeder motiviert ist. Ich finde, die Mischung macht es. Zweimal die Woche in der Schule, dreimal die Woche hier im Unternehmen. An der Ausbildung finde ich am besten, dass es so vielseitig ist. Dadurch, dass du die verschiedenen Abteilungen durchläufst, kannst du einfach individuell herausfinden, wo deine Stärken liegen und was dir am besten liegt. Ich wusste am Anfang nicht so recht nach der Schule, was ich machen soll, ob ich jetzt studieren soll oder ob ich eine Lehre anfangen soll. Und da fand ich, dass dann die Industriekaufmann-Lehre passende war. Die Ausbildung dauert im Normalfall drei Jahre. Bei Schlatschauer kannst du aber auch gern verkürzen, auch zweieinhalb Jahre. Ich bin jetzt dann bald fertig und danach werde ich in der Buchhaltung übernommen im Rechnungslesen. Hello!